Musik 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 Robin, wie sind die Emotionen jetzt nach dem 3-0 gegen Dorf-Märklingen? Ja, natürlich freuen wir uns sehr über den Heimsieg hier. Ich denke, der war auch reichlich verdient. Wir haben gut gespielt, wir sind gut gestartet. Gleich mit der großen Chance von Stan. Ja, wir sind dann mit 0-0 in die Halbzeit, was für uns vielleicht gar nicht so schlecht war. Weil dann wussten wir, wir müssen unbedingt nachlegen. Weil so 10 Minuten vor der Halbzeit hat man schon gemerkt, hat Dorf-Märkling ein bisschen gedrückt. Und ich denke aber, dass wir diesmal gut aus der Halbzeit raus sind, dann mit dem Tor durch Salva und dann habe ich ja gleich nachgelegt. Und dann denke ich, dass Marco auch noch nachgelegt hat und dann war das Spiel halt rum und wir mit drei Punkten. Kannst du ein paar Worte zu den Toren sagen, wie die euch gelungen sind? Ich glaube, das 1-0 war ein langer Ball von Dorf-Märkling. Den fangen wir ab. Marco Mauri spielt den flachen Ball zu mir. Ich lasse ihn irgendwie mit der Außenseite zu Salva in die Mitte klatschen und der geht natürlich super durch und macht das 1-0 überragend. Das zweite kriegt auch Salva aus und dann sieht mich in der Mitte. Ja, und ich denke, ich gehe dann da gut durch und mache das 2-0. Was sehr wichtig war für uns in der Situation, weil Dorf-Märkling ein bisschen gedrückt hat, da nach dem 1-0. Und dann ja, mit dem 3-0 von Marco war ein bisschen Glück, aber ich denke, es hat er sich verdient. Ein paar Schiedsrichterentscheidungen waren umstritten. Zum einen die gelbe gegen euren Trainer und zum anderen die roten Karten. Wie hast du diese Situation gesehen und bewertest du sie? Ja, ich finde, der Schiri hat heute keinen guten Eindruck gemacht für mich. Er hatte das Spiel in meinen Augen gar nicht unter Kontrolle. Viele Fehlentscheidungen, knifflige Entscheidungen hat er dann auch oft gar nicht gepfiffen oder extrem zu hart wie da die zwei roten Karten, was für mich einfach unnötig ist, weil ein bisschen Feingefühl sollte man haben als Schiedsrichter und da dann einfach zwei gelbe Karten zeigen. Und dann, wir haben 40 Spiele, das tut für beide weh in der Situation und ich denke, da wären wir mit allen zufrieden gewesen. Ja, in der PK wurdest du gelobt, auch vom Trainer, auch die Leistung von Salvatore. Ihr beide seid ja zusammen vom selben Klub gekommen. Ja, wie gehst du jetzt mit diesem Lob um? Wie siehst du das? Ja, natürlich freut es mich auch für Salva. Ich denke, das sieht man auch, dass wir da schon ein bisschen eingespielter sind. Aber nein, allgemein, die Mannschaftsleistung hat halt gestimmt und das passt. Der Trainer hat gemeint, ihr solltet euch weiter nach oben orientieren, nicht an der Ober- oder Regionalliga. Was denkst du darüber? Ja, sowas finde ich immer spekulativ. Ich gucke von Spiel zu Spiel und ich denke, das sollten wir alle machen. Wie gesagt, es hieß ja in der PK, die zwei Jungs da aus Rutesheim, die haben so richtig gut drauf, sind auch jung. Und der Trainer meinte, die Oberliga muss jetzt nicht unbedingt die Endstation sein. Hast du da irgendwie Pläne, dass du sagst, ich möchte irgendwann mal Fußballprofi werden oder ist das jetzt ganz weit weg? Nee, also so denke ich nicht. Ich habe ja auch noch mein Studium und ich denke, da lege ich meinen Fokus drauf und da will ich jetzt auch nicht weit weg. Deswegen, ich bin hier zufrieden. Ich habe eine geile Truppe um mich herum. Und zwar zu deinem Mannschaftskollegen Sten Ratifo. Jetzt hat er schon zum zweiten Mal so einen Fallrückzieher. Also ziemlich hochqualitativ, knapp nicht reingebracht. Zeigt er im Training öfter mal so. Fallrückzieher, ist das so seine Markenqualität? Ja, doch. Ich glaube, da ist ja geil drauf. Geht auch oft auf die zweiten Bälle im Training. Vor allem machen wir immer so im Abschlusstraining so Flankenspiel und da merkt man auch schon, der ist heiß drauf, da immer die Dinger da reinzuklopfen. Das ist ja auch gut, das brauchen wir. Das nächste Spiel ist dann das Auswärtsspiel gegen Ravensburg. Soviel ich weiß, was denkst du darüber? Wie kannst du uns auf das Spiel jetzt einstimmen? Boah, ich glaube, in Ravensburg wird es sehr schwer für uns. Aber wir gehen dennoch mit Selbstbewusstsein dahin. Hier mit einem 3er, 3-0 hier zu Hause gegen Dorf-Merking, die auch ungeschlagen waren. Ich denke aber, dass wir da trotzdem nicht als Underdog hinfahren, sondern mit breiter Brust dort auftreten werden und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Robin, vielen Dank für das Interview. Dankeschön.